Irgendwas verstecktes hier? Amplifier oder so? So, aufhören! Das war interessant. Game over! Ah, das weiß ich mich auch etwas unlustig hier. Ja, aber ich lieb dich doch! Du liebst alles, oder? Ich lieb alles. Du bist pansexuell. Nennt man das so? Ja. Liebst du den auch? Das ist ja selbstverständlich. Ich liebe alles Lebende. Und den Stein. Ah, ich liebe Munition. Aber da komm ich glaube ich später noch irgendwie hin. Aber jetzt muss ich erstmal... Denken. Mach ich nicht irgendwelche Schalter oder sowas? Kannst du nicht mit deinem Yo-Move die Kerzen anzünden? Aha! Moment. Au! 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 Ollecht! Du, lass mir doch einen Perf! Was sah pervers aus? Au! Die sind so süß! Die sind so süß! Gut, das probier ich mir doch gleich nochmal! Ja! Ja! Ja, Frau, ich hab's versaut! Frau lacht Daniel aus! Du, das ist so süß! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Ich sah er sich, wenn ich's versaube! Oh leck! Spinnst du! Sag mal! Das ist und ehrlich mal Motivation, du! Okay, dann mach ich das jetzt gleich nochmal! Ähm! F6 Sie schert ihr Fuß mit den Knows Mit den Knows, Alter, yo Ja, ja, aber der Daniel hat gerade Brow gesagt Die Einschweite von denen ist absolut pervers Dann sagen wir jetzt der Frau mal nicht, dass du's schon wieder versaut hast, okay? Das ist nichts und ich kann Okay, warte mal Ein hessiges Lachen von 3 Meter Entfernung Wie wär's denn damit mal? Yo Das ist wie ein Left 4 Dead Ja, Scheiss, Dreck Ich will doch diesen Amplifier-Stack Ja, logisch Ja, kill mich Blowjob Töte mich Was war das? Das sah doch jetzt so aus, oder nicht? Was hast du gesagt? Ich drück nur F7 Kein Wunder, dass das dauernd gläht, wenn ich nur F7 drück in einer Tour Okay, warte mal Ich bekomm ja jetzt den Amplifier-Stone Ich hab da noch zwei Ich probier's jetzt einfach mal so Aber ich geh noch auf Health, speichern nochmal Ja, auf Nightmare muss man planen Du verwurst die armen Ich treff nix Was ist das? Schau mal Das ist das Was ist das? Was ist das? Das muss natürlich jetzt sein, ne? Guck doch Naja, aber schau dir nochmal Energie an Und du hast kein Health mehr Hier lässt sich nicht stören Was ist das? Ah, meine Munition ist wieder da So, ich probier's jetzt einfach mal mit der Energie weiter Ich will da rein Ich will da rein Da lag ihr ein Health-Pack dahinten Hä? Da lag ihr ein Health-Pack hinter der Tür Ja, jetzt will ich dahinten, aber das ist zumindest gejammt Ich weiß auch Dass du jetzt neuen Zauber kriegst Ja Geht hoch Genau Was hast du da gemacht? Ähhh Es wär fast mal sinnvoll gewesen, hä? Tja, Daniel Also, damit kann ich Gegner, die ich gerade eben getötet habe Wieder zum Leben erwecken Und Die kämpfen dann für dich Und Untote werden nochmal gekillt Hä? Voll der Prahler Wie du schon gesagt hast Ja Der schaut gesund aus Ja Wobei ich ja eigentlich mein Ektoplasma lieber auswählen möchte Wobei, nein Nein, 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 nein Ich nehm lieber Invoke Ich nehm lieber Ektoplasma Frau Der Daniel hat's geschafft, kriegt der jetzt Essen? Und ich hab's gut geschafft Ja, du kriegst das Ja, wenn's fertig ist, ist mir klar So Ja Ist natürlich jetzt schlecht Ui, das kostet dein ganzes Mana? Ja Alter Schwede Und so sterben Skelette nicht, oder? Ich weiß nicht Ich hab zwar Silberbullets, aber Ich glaub, manche können's sogar mit Sperren laufen Da bin ich mir jetzt auch nicht mehr sicher Das könnte ich mit irgendeinem anderen Spiegel wechseln So Uuuu, langsam wird's schwer, du Langsam wird's schwer Weißt du, was für mich schwer ist? Dass die Shisha grad ausgegangen ist Dann mach bitte eine neue, Dommi Dann nimm erstmal meinen Schlauch Und leg ihn Und was haben wir denn? Es ist... Der 35 Okay, ganz kurz Pause Ich muss den Schlauch schon rüber Ah, Hilfe Ich bin gefangen Jetzt Ich mach gleich eine neue Okay Lass erst ein bisschen abkühlen Was hab ich gedrückt? Ich lauf so langsam Und dann liegt das daran, weil ich so geduckt bin Sehr gut Soll ich gleich beide reinhauen? Warte mal, wie viel krieg ich? Ich bin jetzt auf... Ja, ich glaub bestimmt immer gleich beide So... So... Progress, deine Sände zieht hoch So... Mäh... Mäh... Einladend? Ich frag mich grad ob ich den... Hör sich zumindest danach an, als ob er Schaden nehmen würde Hör sich zumindest danach an, als ob er Schaden nehmen würde Hör sich jetzt halt, dass er da aufsteht Ui! Okay, ist mir egal Was? Ich glaub, da kommen jetzt ein paar mehr Was machst du da grad? Ich versuche rauszuklettern Du willst dem Skelett ne Chance geben Ah... Ohne Mana geht das schlecht Hab ich gesehen... Hab ich... Hab ich nicht gesagt, die werfen... Ich warte jetzt hier nicht mit Mana oben, ich bin so ne feige Sau Das ist ja relativ fix Da oben steht was Ja, was ist denn das? Kannst du nicht runter schiessen? Wahrscheinlich muss ich damit das so... Wie früh... Diese hier total cool Jump-Aktionen machen Naja Wo wär's mit dem da? Hest oder Cola da? Wie wär's mit dem da? Er ist nur jetzt im Leben auferstanden Und jetzt spielt er tot Lämmerlos Ja Kann ich hin? Ich will jetzt da hoch und wissen was das ist Und es zumindest holen Was schaut denn das aus? Na, ne Schriftrolle? Das sind zwei Schriftrollen, oder? Ja Vielleicht kriegst du's später mal Ja Ja Ich glaub normal kann ich die auch gar nicht töten, die Unto Wie viel Amplifier? Ich hab noch einen Amplifier Den könnte ich jetzt natürlich auch auf den Zauber drauf tun Kostet ihr da weniger Bader? Unter anderem ja Und ich glaub die Gegner nicht wieder belieben Die bleiben dann auch länger Aha Hier ist sonst noch nix Ja Ja Fahr mal weiter Ja Was zum Teufel Na shit Ah, jetzt sind alle da Wie schön Ich renn mal feige und feige und weiß Wunderweine Das muss jetzt grad die Zuschauer und glaube ich ein bisschen anlähmen, aber Ich glaub wenn ich Halfpacks hätte Entschuldigung Hätt ich das ein bisschen anders gehandhabt Ja, sollen es mal alle aufstehen Wieso gehst du nicht einfach aufs Boot? Weil ich diese Schriftrolle noch haben möchte Und die kriegst du wenn du alle töten So wie diese Fernkämpfer glaube ich zuerst Kille Ich weiß nicht, ich hab ja gespeichert Ich leg eigentlich nur ein bisschen um diese Schriftrolle irgendwie Brauchst du etwa, dass sie Ja, wenn du alle tot ist Dass sie runterfällt Dann hast du Zeit um mich umzuschauen Hm? Vielleicht fällt sie runter, kann ja sein Uh! Uh! Ja, stylischer Jump Okay, den merk ich mir vor Au! Ah ja, der macht ein wenig Schaden Kille ich jetzt auch? Weißt du was gut ist? Ja Hallo? Mach mal! Au! Ich lade es gleich nicht nochmal Er lebt aber nur noch So, wie komm ich jetzt zu dieser Schriftrolle? Wo ist denn die Schriftrolle? Wo ist denn die jetzt? Was ist da? Aber ich sehe keine Möglichkeit hier unten aufkommen könnte Glaube ich auch nicht Ich schau mal ganz kurz auf der anderen Seite und dann lade ich einfach Ich schau mal ganz kurz auf der anderen Seite Ja gut, ich lade die noch gleich schon Na genau Was, was will ein Skelett mit? Einem Herz Mit einem Herz So, gleich zum Boden Ja Run! Schießen wir gleich voll ins Kreuz Monastery! Yay! Ja, wir sind aber noch nicht direkt bei der Monastery wir müssen uns erstmal auch hinlatschen und dann treffen wir jetzt auf Menschen auf Banditen, ja Aber ich glaube, das machen wir einfach das nächste Mal Gut, wir haben Drei Parts Ja Ist gut Also gut Also Leute, bis zum nächsten Mal Andö!